I am independent, I am dedicated, doing it my way, doing it my way, yes I am, I am in control, I am, watch me go, doing it my way, doing it my way, can you hear me say, yes I am. Hallo und herzlich willkommen bei Stempeln in Aachen, mein Name ist Sabine. Heute zum immer wieder mittwochs Kartenthema und die Challenge diesmal lautet, verlasse deine Komfortzone, benutze eine Farbe, die du sonst nie benutzt. Darauf gekommen bin ich in einem Gespräch mit einer Demokollegin, wir unterhielten uns über Lieblingssets bzw. Sets, Stempelsets, die wir so gut wie nie benutzen, die noch neu im Schrank stehen und dann kam sie und sagte, sie hätte jetzt gerade mal eine Karte oder Karten gebastelt in Farben, die sie normalerweise nie benutzen würde, die ihr gar nicht liegen. Und das war eine Herausforderung, fand ich, und die habe ich dann mal aufgegriffen. Ihr wisst, ich liebe Grün- und Blautöne, diese ganzen Wasserfarben finde ich toll, Türkis, Bermuda, früher Petrol, jetzt Farbengrün. Und wo ich richtig Probleme mit habe, das ist Rosa, nicht Pink, Wassermelone und Magenta Rot, das kann ich gut kombinieren mit dunklen Farben, kein Problem, aber richtige Rosatöne. Und wenn die dann noch ins Blau gleiten, oh, dann ist bei mir ganz schlimm. Und aus dem Grunde habe ich also zu dem Thema jetzt für mich ausgewählt Rosatöne, und zwar diese beiden, weil tatsächlich Rokokorosa und Kirschblüte für mich schon richtig in diesen Blaubereich reingehen. Es gibt ja noch Blütenrosa, das ist nicht so ein Problem für mich, aber hier, das liegt mir gar nicht. Also gefällt mir auch nicht wirklich, wie lege ich das denn mal hin so, oder? Und dann habe ich also eine Beispielkarte für euch in genau den Tönen. Dann, grundweis, der Kartstock, also die Grundkarte in A6, 10,5 mal 14,85, längs geschnitten und gefalzt. Und darauf dann in Rokokorosa ein Papier und das kleine in der Mitte, das ist dann wieder grundweis. Und da drauf dann drei Kreise in unterschiedlichen Größen ausgestanzt. Der erste in dem besonderen Designerpapier. Ich nehme es gerade mal für immer im Herzen. Das ist dieses, das ist wieder geprägt und dann mit Metallicfolie belegt in Rokokorosa, in Sahara Sand und in Kirschblüte. Dann der nächst kleinere Kreis, der ist geprägt mit diesem Diamantenprägefolder. Der ist in der Serie der Pfingstrosen mit enthalten. Und dann darauf der kleinste Kreis bestempelt in Kirschblüte mit dem Set Circles Celebration. Das sind diese diversen Kreise, die man wunderschön zur Hintergrundgestaltung nutzen kann. Den geprägten Kreis, den habe ich dann anschließend mit unseren neuen Blendingpinseln eingefärbt. Ganz vorsichtig drüber gewischt, das hier ist jetzt der grüne. Ich habe jetzt auch einen rosa Pinsel, brauche ich ja nicht so oft, aber kann ich ja noch eine dunklere Farbe drüberlegen. Die kann man übrigens hervorragend nicht säubern, aber so weit bringen, dass sie nicht mehr abfärben. Also nachdem ihr damit gewischt habt oder eingefärbt habt, da geht ihr ein paar Mal über Schmierpapier, damit keine Farbe mehr abgeht. Und danach wischt ihr hier über unseren Reinigungsschwamm. Der sieht aus, als wäre er dreckig, der ist aber frisch gewaschen. So, dann ist das ein kleines bisschen feucht und dann wischt ihr es wieder auf Schmierpapier ab und anschließend färbt hier nichts mehr. Trotzdem habe ich mir vorgenommen, je Farbton einen separaten Pinsel zu benutzen, also für Blau, für Grün, Gelb, Rot und dann vielleicht noch für ein paar helle Farben. Und naja, so viel dazu. Hier habe ich dann noch das Glanzband in Kirschblüte. Das ist im Moment vorne im Minikatalog Januar bis Juli. Und einen kleinen Glanzstein. Und zwar, ich nehme die nochmal dazu, weil die sind echt schön. Das sind facettierte Glitzersteine. Echte Eleganz, die gehören auch mit in die Reihe mit den Pfingstrosen. Und da habe ich hier wirklich in die Blütenmitte nur einen einzelnen gesetzt. Das gefiel mir gut. Und dann ist das also meine Kartenidee zu den Nichtlieblingsfarben. Also benutzt eine Farbe, die euch wirklich nicht liegt, die ihr sonst so gut wie nie verwendet und macht mir damit eine Karte. Schickt mir die an die unten eingeblendete Adresse. Die Adresse steht dann auch nachher nochmal in der Infobox unter dem Video. Und dann seid ihr also auch mit bei der Auslosung am 1. Mittwoch im April. Das ist nach Ostern, oder? Ja, das ist schon nach Ostern. Dann seht ihr mal, wie schnell die Zeit vergeht. Gut, und jetzt bin ich gespannt, welche Farben euch so gar nicht liegen und woraus ihr dann trotzdem eine tolle Karte zaubert. Ich wünsche euch eine schöne Restwoche. Habt ihr übrigens mein Video vom letzten Sonntag gesehen mit der Box. Die Box ist echt schön, gefällt mir selber gut. Sonst guckt doch mal, die müsste ja jetzt dann unter diesem Video hier stehen. Vielleicht habt ihr ja Lust und ich kriege auch noch einen Daumen hoch von euch. Eine schöne Idee könnt ihr auch in ganz anderen Farben basteln. Zum Beispiel in einer Nichtlieblingsfarbe. Naja, Spaß beiseite. Macht es gut. Wir sehen uns spätestens nächsten Mittwoch. Bis dahin. Tschüss.